Was ist das? Ich sehe da immer noch nicht ganz durch, aber ein bisschen. Was ist der Verbandskarte denn? Achso, hier war ich ja schon. Muss er hier durch? Genau. Hier ist bestimmt wieder einer. Oh ja. Ich habe da Schrotpatronen gesammelt. Was soll ich bloß mit der hier anfangen, Aphrodite? Sie grillt einfach nicht still! Ich will doch, dass sie schön werden. Aber es gelingt mir nie! Die hier, zu fett! Die da, zu groß! Jene, zu symmetrisch! Und das da? Was ist das? Ein Eindringling! Hässlich! 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 Sieh dich an, Queen! Hösslich! Ich bin ja auch ein Eindringling! Ich bin ja auch ein Eindringling! Ich bin ja auch ein Eindringling! So, dann war ich jetzt müssen wir mal. Nein, ich brauch ja ein Dings. Alter, was ist das für ein scheiß Bug? Ich schaff das. Verbrenn du Sau. Nee, das kann ich auch. Toll, der hat sich an dem Scheißteil gehackt, äh geheilt, man. Mega unfair. Ja. 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 Den Arsch heilt er sich erstmal in den Dreck. Kostenreduziert Gegner allein bei Benutzungsschaden. Geil. Komm benutz das Teil, komm. Nein, oi. Oh nein. Ich krieg ihn noch. Ich stell mich so dumm wahrscheinlich an. Dann denken sich alle, äh, mach mir da. Jetzt hole ich dich. Nein, furcht dich nicht. Nein, benutzen, komm. Komm doch. Ey, wenn er sich jetzt da oben aufgeführt hat, was ich nicht geeckt hab, dann raste ich aus. Stirb endlich. Nein, 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 nein. Fick dich. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Das ist jetzt nicht überall high, dieser Pisser. Ich werd das mal direkt deaktivieren sein. Was ist denn jetzt los? Jetzt läuft das aber hier. So, jetzt hau ich ihn tot. Komm doch. Komm doch. Komm doch. Komm. Komm. Schreckiger Hund. Ich verschwende meine ganzen Dolle an dem Hund, ey. Komm, heil dich an dem Teil. Komm. Hat der es kaputt gemacht? Der hat es kaputt gemacht. Komm doch. Ja, komm, heil dich. Ja, komm. Komm, heil dich. Komm. Ja. Ja. Danke. Wo war der? Wo war der Notgang? Achso, zeig der mir glaub ich an, wa? Öffne den Notzugang. Ich hab mein Gehe. Ja. Ja. Mhm. Juhu. Toll mich. Aaaaaaaaaah. Ich zeigen, hm? Er ist so heilverdienend Entschuldigung für den Rülpser Willkommen Rapture, Team Abschnitt Wachsenden Schrotthaufen der Welt Toll, nein Was waren das? Flashbacks oder so So, jetzt muss ich hier durch Bouncer Eine Little Sister Das ist die Gelegenheit für dich an etwas Adam zu kommen Nur du und ich Und all das leckere Adam, das ich trinken kann Halte dich von ihr fern oder du bekommst die nächste Kugel ab Ganz ruhig Doktor, er ist nur auf der Suche nach etwas Adam Nur genug um durchzuhalten Ich lasse dich zu, dass er meinen Kleinen etwas antut Ist schon in Ordnung, Kumpel Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr Dr. Tennenbaum hat dafür gesorgt Bitte tu ihr nicht weh, hast du kein Herz Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt Was sie sind oder etwa nicht Hör gut zu, mein Junge Ohne das Adam, das diese Diese Dinger bei sich tragen Wirst du es nicht schaffen Du musst dich entscheiden Wer soll überleben Du, meine Frau und mein Kind Oder diese Mini Frankensteins von Tennenbaum Hier, es gibt noch einen anderen Weg Nimm das hier Und befreie sie von ihrer Qual Vertraue mir, ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt Irgendwie Oh shit, was soll ich machen? Oh mein, die ist so Entscheide dich, ob du Little Sister ausbeuten oder retten willst Wenn du sie ausbeutest, erhältst du das maximale Adam, das du für Plasmide ausgeben kannst Allerdings wird sie diese Prozedur nicht überleben Wenn du sie rettest, erhältst du weniger Adam Dafür hat Tennenbaum dir für diesen Fall eine Belohnung versprochen Es tut mir leid, Little Sister Ich hoffe, ich habe das Richtige getan Dafür können sie sich bei Dr. Tennenbaum bedanken Scheiß Wie kann man einem Kind so etwas abtun? Es gibt noch mehr von diesen armen Kleinen, die deine Hilfe brauchen Willst du zu denen auch so grausam sein? Wenn du wieder mal auf so einen Gatherers Gartenautomat stößt, nimm auf jeden Fall wieder ein oder zwei Plasmide mit Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist Zorn macht das Ziel wütend und lässt es Erhält ihre Maxima Erhält ihre Maxima Okay So Ist da was drin? Ne Okay, dann gehen wir mal weiter Gucken wann die Festplatte voll ist Weil dann willst du laggen und dann Rander ich erstmal einen Lad hoch Habe ich genug zu tun für die nächsten paar Wochen Ah, jetzt bin ich hier wieder Okay Recht schaffen wir sie Menschen Der Grund des Bieres ist unsere Heimat Du bist nun soweit Es ist Zeit für dich es mit einem der Big Dadys aufzunehmen Wie? Es wird kein Zug erschrecken Aber nur so kommst du an die Little Sisters Und an das Ellen, das sie bei sich tragen Ey Weiter vorne ist noch eine Little Sister Um Adam von ihr zu halten musst du dich erst um Big Daddy kümmern Alter Ey das Fazit so krass, ne Boah Woah Ehm What the fuck? Ich sterbe jetzt schon wieder fast geil Ich brauch mal irgendwie so ein Medic Teil oder sowas Da Ich bringe Bandagen, ja wow Ist wieder wie Fallout an sever Aber er bränt fast Ey Is das echt? Weiss ich nicht Weiss ich nicht Wass ich nicht Mach doch kaum damage, das scheiß Teil Diesmal müsste ich es schaffen. Das denke ich mal. Hoffe ich mal. Was blinkt denn hier so schön? Komm doch her, mein Big Daddy. Ey, er hatte doch gar kein Leben mehr. Ach, Leute, Leute, Leute. Langsam schwind meine Motivation. Schwindet meine Motivation. Mutti. Ich gebe einfach so viel Dollar auch noch aus, mich zu heilen. Ich habe Bandagen, aber die bringen mir irgendwie nichts. Keine Ahnung. Voll nervig. Oh, ich habe einen Big Daddy schon getötet, ja. Und Schütz. Und wieder 160, Adam. Du hast nicht mehr viel, Efeu. Was? 61 Dollar. Nice. Ist denn da eben irgendwas mit Muni? Was sind die MG Muni? Ah. Ähm, ja. Jetzt muss ich hier irgendwo lang. Geh durch. Geh durch. Bist du wieder am Notzugang? Melde dich, sobald du ihn erreichst. Ryan hat dich bemerkt und wird dich im Auge behalten. Du wirst die nicht kommen hören. Er ist da, bevor du dich weißt. Der Parasit hasst drei Dinge. Den freien Marken, den freien Wind, den du... Du kriegst nur noch rum. Du bist ein Koran. Warte mal. Die muss ich ja durch, ne? Was? Hier stammt was. Ja. So, Pistole. Woll. Ähm. Dann aktiviere ich das mal, ne? Bitte! Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Komm jetzt rüber nach Port Neptune. Ich freu mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Okay. Doch, Leute. Wie es weitergeht, das seht ihr in den nächsten Folgen. Reingehauen. Wiederschauen. Wiederschauen. Wiederschauen.